Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so einen Pelator bzw. Strahlregler richtig austauschen und vor allem auch wechseln kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Oftmals kommt selbst nach dem Entkalken hier vorne kein sauberer Strahl mehr raus oder wir möchten einfach einen neuen Wasserspar-Strahlregler einbauen. Dann müssen wir diesen Pelator erst einmal entfernen. Normalerweise sollte er sich per Hand lösen lassen. Wichtig hierfür, man muss natürlich in die richtige Richtung drehen. Bei einem Gewinde schauen wir von unten drauf und dann drehen wir das Ganze gegen den Uhrzeigersinn. Wenn man natürlich von oben drauf schaut, dann schaut es so aus, ob wir im Uhrzeigersinn drehen. Ich probiere es jetzt mal. Bei mir tut sich hier leider nichts. Das kann bei Verkalkung natürlich immer sein. Ich zeige dir mal drei Möglichkeiten, wie wir den Pelator hier vorne trotzdem lösen können. Und zwar sind hier vorne zwei solche Einkerbungen und diese lassen sich mit einem Maulschlüssel perfekt greifen. In meinem Fall würde es ein 22er sein, denn dieser ist normalerweise auch Standard. Hier kann ich also vorne schön ansetzen und das Ganze lösen. Wenn man das öfters machen muss, dann empfehle ich auf jeden Fall so einen Universalschlüssel. Der ist für verschiedene Pelatorengrößen geeignet. Und auch hier kann ich diesen einfach schön ansetzen und auch wieder lösen. Im Notfall, was ich eher nicht empfehle, ist natürlich so eine Wasserpumpenzange. Diese ist eher nicht so begehrt, hat aber jeder zu Hause normalerweise. Denn damit verkratzt man hier vorne unsere Mischdüse auf jeden Fall. Wenn du also trotzdem mit so einer Wasserpumpenzange hantieren möchtest, dann empfehle ich dir noch, dass du einfach mal hier ein Tuch anlegst und dann diesen Pelator hier schön greifst und das öffnest. In meinem Fall benutze ich natürlich jetzt den Universalschlüssel, wenn ich ihn schon zur Hand habe. Wichtig ist auch noch, dass du hinten einfach mal den Stöpsel hochziehen solltest, also dass hier unten das Waschbecken dicht ist. Denn hier drin befindet sich noch ein kleiner Gummi, der gerne auch mal in den Abfluss gelangt, was wir natürlich nicht haben möchten. Mit dem Universalschlüssel einfach mal das Ganze lösen. Bei mir hat das sich jetzt auch schon getan. Und jetzt kann ich noch mit meinen Fingern den Rest ganz einfach abschrauben. Bei mir ist der Gummi hier jetzt gleich mit rausgegangen. Es kann aber auch sein, dass der Gummi hier innen drin noch feststeckt. Dann einfach mal mit dem Finger hier reinlangen und diesen Gummi rausziehen. Wenn wir das gemacht haben, können wir mal unser Wasser haben bzw. unsere Armatur leicht öffnen und mit dem Finger hier etwas reingehen und das Gewinde säubern. Hier natürlich aufpassen, dass man sich nicht schneidet. Nun nehme ich meinen neuen Pelator zur Hand, gebe den Gummi hier vorne einmal schön rein. Also drücke ich etwas fest, dass er auch von alleine sitzt. Und dann kann ich meinen Pelator mal von hier unten wieder vorsichtig mit der Hand ansetzen und schaue natürlich, dass das Gewinde sofort anpackt. Wieder wichtig, wenn ich von unten drauf schaue, im Uhrzeiger sind bzw. wenn ich von oben drauf schaue, dann gegen den Uhrzeiger sind. Normalerweise sollte es ausreichen, wenn ich per Hand das alles festmache. Danach noch probieren, ob der Strahl hier auch schön ist. Bei mir ist es auf jeden Fall jetzt gut gelungen. Wenn es außen doch noch irgendwie leicht austreten sollte, dann wieder unseren Universalschlüssel zur Hand nehmen, ansetzen und noch einen Ticken leicht weiter drehen. Normalerweise sollte es aber so funktionieren. Und somit haben wir unseren Pelator beim Wasserhahn jetzt auch schon richtig gewechselt. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens gleich mehrere solche Pelatoren zulegen möchtest, um einfach Geld zu sparen oder auch eine Wasserpumpenzange, eine Maul bzw. auch so einen Universalschlüssel benötigst, dann kann ich dir hierfür Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markengestellen zu einem relativ günstigen Preis. Und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in einem Geschäfthilfe fahren. Wenn du dir also eines von diesen Unterschlüsseln hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst zu den ganzen Produkten hier. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten drunter gerne mal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.